Conchita ist etwas ganz Besonderes und ihr wird eine besondere Ehre zuteil. Die Streifenhyäne durfte im Juli ins ehemalige Löwengehege des Schweriner Zoos einziehen, wo sie sich Pudel oder auch Hyänen wohlfühlt. Besonders ist sie deshalb, weil nur drei weitere Zoos bundesweit Streifenhyänen halten. Vor sieben Jahren wurde Conchita in Tallinn, Estland, geboren. Sie ist eine Handaufzucht und damit sehr an Menschen gewöhnt. Streifenhyänen sind Einzelgänger und werden bis zu 20 Jahre alt. Ihren Lieblingsliegeplatz hat Conchita netterweise direkt vor der Besucherscheibe gewählt.